Musik Salopp gefragt, ist Ihre Sohle nicht zu teuer? Das ist eigentlich die häufigste Frage, die ich zu beantworten habe und ich beantworte sie selbst nach 25 Jahren immer noch herzlich gerne. Nein. Wenn ich die einzelnen Parameter, die wir eben angesprochen haben, vergleiche mit dem am Markt wettbewerbenden Produkten, dann muss ich sagen, dass der Unterschied durchaus gerechtfertigt ist und dem Verbraucher beim Tragen des Schuhs, dem Verarbeiter und auch dem Hersteller von Schuhen durchaus diesen Mehrvorteil bringt. Die Gerbung Ihrer Sohlenleder dauert dank des umweltschonenden Prozesses mindestens neun Monate. Moderne Gerbereien schaffen dies innerhalb von wenigen Wochen. Wie erreichen die das und welche Nachteile ergeben sich Ihrer Meinung daraus? Man hat vor vielen Jahren erkannt, dass die Grubengerbung und vor allen Dingen die pflanzliche Langzeitgrubengerbung, so wie wir sie hier in Trier durchführen, natürlich extreme Nachteile hat. Man hat einen sehr hohen Platzbedarf, man hat einen extrem hohen Zeitbedarf und man braucht natürlich sehr viel Kapital, um einen so hohen Wareneinsatz zu finanzieren. Und irgendwann hat man sich gesagt, nun gut, wir wollen schneller, mehr und billiger produzieren, wie kriegen wir das hin? Und dann hat man einfach an diesem Prozess gearbeitet und hat versucht, ihn zu beschleunigen. Und dafür gab es drei Parameter, die von einer besonderen Bedeutung waren. Einmal, man hat Chemie eingesetzt, immer mehr, um das Diffundieren der Gerbstoffmoleküle in die Eiweißsubstanz der Haut zu beschleunigen. Man hat Wärme eingesetzt mit dem gleichen Ziel und man hat Bewegung eingesetzt, um diese ganzen Vorgänge zu beschleunigen. So ist eine mit Temperatur gesteuerte Fassgerbung entstanden, die heute, wie Sie richtig gesagt haben, in wenigen Wochen Leder machen kann. Diese Produkte haben, und deswegen möchte ich das gar nicht in irgendeiner Form abwertend beurteilen, die haben, wie man weltweit sieht, ihre Berechtigung auf dem Markt. Nicht jeder fährt Bentley, aber wenn jemand Spaß an Qualität hat, seinem Fuß was besonders Gutes tun möchte, der wird dann eben zu einer anderen Sohle greifen und der wird vor allen Dingen dann auch bereit sein, das mit einem höheren Preis auch nachher am Schuh eben zu honorieren. Seit 1985 leiten Sie den Familienbetrieb. Stand für Sie schon immer fest, dass Sie die Firma eines Tages übernehmen werden? Nein. Ich bin nicht als absoluter Nachfolgekandidat schon in jungen Jahren durch die Gegend gelaufen, überhaupt nicht. Ich habe hier ein Trier Abitur gemacht, habe danach Trier verlassen, was mindestens so wichtig war, Trier zu verlassen, wie auch das Studium zu beginnen. Da gehörte beides sehr eng zueinander. Und die Abwesenheit hat mir mit Sicherheit sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich aber immer für ein Betriebswirtschaftsstudium entschieden. Und das habe ich von Herzen auch gewünscht. Und das würde ich im Nachhinein auch jederzeit wieder so machen. Ich habe also in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert und habe das also sehr, sehr gerne gemacht. Dann ist aber leider mein Vater schwer krank geworden. Und wie Sie richtig sagen, Ende 1985 habe ich mein Examen gemacht. Und nachdem ich meine letzte mündliche Prüfung vollzogen habe, unter massivem Druck, weil gleichzeitig mein Vater am Sterben war, habe ich dann meine Koffer gepackt in Köln, bin nachts nach Trier gefahren und habe dann das Unternehmen übernommen. Und das war natürlich dann schon etwas forciert durch den viel zu frühen Tod vom Vater. Es war auch vorgesehen, ich war bereits angemeldet in Argentinien. Ich sollte zwei Jahre nach Argentinien gehen, um da eben die Schnellgerbung zu lernen, in einer befreundeten Lederfabrik, die damals tausend Mitarbeiter hatte ungefähr. Das war alles geplant. Ich sollte ebenfalls noch zwei Jahre an die Westdeutsche Gerberschule in Reutlingen gehen. Da habe ich dann leider nur noch einen Schnellkurs von einem halben Jahr machen können. Argentinien wurde ganz gestrichen und dann musste ich zurück hier nach Trier ins Unternehmen. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, ich habe das Unternehmen nicht übernommen, weil mein Vater gestorben ist, sondern ich habe es übernommen, weil ich immer Unternehmer werden wollte. Und dazu stehe ich auch und das habe ich auch immer ehrenamtlich so begleitet. Ich bin immer ein ganz großer Freund von diesem Freiberuflichen gewesen, hier in dem Sinn eben, mich unternehmerisch zu betätigen. Und Leder war oder ist ein Produkt, was mir total Spaß macht. Ich bin ein totaler Schuhfreak und insofern konnte ich das wunderbar miteinander verbinden. Ich stamme von Seiten meines Großvaters aus dieser Gerberei, aber meine Großmutter stammte aus einer Brauerei. Und wenn sich da Möglichkeiten ergeben hätte, hätte ich es sicherlich auch nicht mehr gesagt. Ihre Sohlenleder gehen vornehmlich ins Ausland, glaube ich. Das können Sie gerne gleich berichtigen. Worauf ich abziele ist, warum ist der Markt für Sohlenleder, Produkte für Ihre Produkte in Deutschland so klein? Herr Börner, vergessen Sie nicht, dass wir aus der Schuhreparatur gewachsen sind und gekommen sind. Und die Schuhreparatur in Deutschland hat sich deutlich verkleinert. Und die qualitativ hochwertige Reparatur bewegt sich heute in den Großstädten in erster Linie. Und ist natürlich in der Nachfrage sehr stark abhängig von den getragenen Schuhen. Und man muss sagen, dass die Anzahl der Lederböden teilweise in Deutschland rückläufig war in den letzten Jahren. Und man muss auch sagen, dadurch natürlich auch bedingt, dass zum Teil junge Leute durch Tragen von Sneakern, Tonschuhen und anderen Dingen natürlich dem klassischen Lederschuh abhandengekommen sind. Ich stelle aber in der letzten Zeit wieder einen stärkeren Trend hin zum Lederboden, auch in Deutschland. Aber Sie haben natürlich trotzdem recht, wenn Sie sagen, die Hauptumsatzanteile liegen im Ausland. Sonst hätten wir sicherlich keinen Umsatzanteil von 60, 70 Prozent im Export. Und das liegt natürlich daran, dass wir versucht haben, neue Märkte aufzubauen für uns. Und dass wir gesagt haben, man kann eine Ledersohle überall unserer Art in der Welt verkaufen. Das darf nicht nur im deutschsprachigen Raum sein. Und dadurch hat sich für uns natürlich auch eine gewisse Entwicklung ergeben. Welche Marken vertrauen auf Ihre Leder? Wir haben, ohne jetzt alle Marken aufzählen zu wollen, das hätte nämlich zur Konsequenz, dass ich mit Sicherheit einige vergessen würde. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber man kann heute verallgemeinert deutlich sagen, dass in jedem einzelnen Fertigungsland der Welt die Besten zu unseren Kunden gehören. Teilweise als Kunden, die nur Rentenbach einsetzen in der Produktion, aber auch welche, die sagen, wir konzentrieren uns nur auf einen bestimmten Produktbereich. Die meisten entscheiden sich bei ihren Premium-Lines für Rentenbach. Manche sagen aber auch, wir nehmen zum Beispiel nur den Pferdelederschuh und rüsten den mit einem Rentenbachboden auf. Aber in der Regel ist es so, dass die Top-Produktlinien in den einzelnen rahmengenähten Häusern eben mit Rentenbachböden ausgestattet werden. Das wäre quasi auch meine nächste Frage, dass dann bei vielen dann halt, dass sie dort extremst dann in dem Premium-Segment zum Einsatz kommen, nämlich in allen Linien. Und das ist dann nämlich dementsprechend so, dass es nochmal untermauert wird. Der Premium-Schuh, ja, die Premium-Qualität halt quasi untermauert wird des Schuhs mit den Qualitäten der Rentenbach-Sole. Ja, das liegt einfach daran, es gibt sicherlich viele Schuhfreaks, die mittlerweile Rentenbach kennen. Und natürlich ist das auch eine Motivation für einen Hersteller, zu sagen, wenn ich hier mein Spitzenprodukt auf dem Markt weltweit anbiete, dann sollten natürlich auch die Materialien, die eingesetzt werden, auch als solche signifikant nach außen treten. Es gibt Leute, die das aus reinen Qualitätsgründen machen. Es gibt aber auch welche, die wollen natürlich auch mit diesem Produkt ihre Besonderheit dokumentieren. Wir leben von allem und sind sehr glücklich damit. Ja. Der Lederpreis ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Können Sie mir die Gründe dafür nennen? Oder besser gefragt, können Sie mir die Problematik des Lederpreises erläutern? Ohne jetzt die Ursachen ins Ausland schieben zu wollen, muss man aber deutlich dazu sagen, dass wir hier in Deutschland nur bedingt damit zu tun haben. Wenn man mal unsere Automobilindustrie, der ich das natürlich von Herzen gönne, außer Acht lassen. Aber die Ursache für diese extremen Preissteigerungen, also die ich in meiner Generation und von den Vorgängergenerationen ganz zu schweigen, das können Sie völlig vernachlässigen, die hatten solche Preissprünge nie. Es sei denn, es ist irgendwo ein besonderer Krieg ausgebrochen. Aber normalerweise kennen wir das nicht. Normalerweise haben wir bei der Firma Rendenbach alle zwei Jahre mal human die Preise erhöht. Dass man aber innerhalb eines Jahres zwei, dreimal die Preise erhöht, ist für uns vollkommen fremd. Die Ursache dafür ist zu suchen in der extrem hohen Konsumnachfrage zunächst einmal der asiatischen Länder. Vorwand oder weg, China. Wenn Sie mal davon ausgehen, dass der chinesische Konsument in den letzten Jahren aufgrund des extremen Wohlstandzuwachses in der Lage ist, teure Produkte einzukaufen. Und das bezieht sich natürlich dann irgendwann auch auf Lederjacken, auf Autos, auf Schuhe. Das heißt, die Nachfrage nach hochwertigen Ledern ist enorm gestiegen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie müssen davon ausgehen, dass die deutsche Automobilindustrie zur Zeit nicht von der Nachfrage des europäischen Marktes lebt, sondern in erster Linie von der Nachfrage des asiatischen Marktes. Vor allen Dingen, was ihre Luxusmodelle angeht. Porsche, Mercedes, Audi und BMW verkaufen den Großteil ihrer Luxuslimousinen, aber auch der Mittelklasse, ausnahmslos mit Ledersitzen. Und Sie brauchen für ein Modell dieser Fahrzeuge mehrere Tiere. Jetzt rechnen Sie mal hoch, was das für einen Heutebedarf ausmacht. Als allein der neue BMW 5er auf den Markt kam, ging der Heutepreis noch mal massiv nach oben, weil keine Ware da war, ausreichend. So stark war die Nachfrage nach diesem Fahrzeug, vor allen Dingen im Ausland. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Rohware im Prinzip zum einen für die Automobilleder eingesetzt wird, zum anderen aber auch nicht mehr angeboten wird. Denn aufgrund des rückläufigen Fleischkonsums und einer Veränderung der Schlachthaltung bei den Milchkühlen ist weltweit weniger Angebot vorhanden. Und das führt dazu, natürlich nach dem alten betriebswirtschaftlichen Marktgesetz, Angebot und Nachfrage, dass die Preise enorm gestiegen sind und die werden auch weiterhin stabil bleiben. Kann man das als, kann man den gestiegenen Lederpreis als alleinigen Grund nehmen für steigende Schuhpreise? Nein, aber es ist mit Sicherheit der maßgebliche, weil Sie müssen ja davon ausgehen, das ist ja, das Bodenleder ist ja nur der eine Faktor, das bezieht sich ja genauso auf Oberleder, Futterleder, Rahmen, auf alles, was am Schuh ist, ist teurer geworden. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass natürlich auch die gestiegenen Ölpreise und all diese Dinge auch dazu geführt haben, dass Gummi, alle anderen Produkte sind auch teurer geworden, mal ganz unabhängig von der Arbeitskraft. Das heißt, insgesamt sind natürlich auch die Produktionskosten gestiegen. Aber, aber, da hat sich in Europa auch wieder das eine und andere geändert. Stärke Spanier, der Portugiesen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, da ist viel passiert. Aber maßgeblich für die letzten Preisstärkerungen im Schuhbereich, wie bei allen anderen Lederprodukten auch, ist sicherlich der Rohwarenmarkt. Nimmt Ihrer Meinung nach die Bedeutung der Qualität eines Produktes wieder zu. Ja, und da muss ich sagen, hat ganz deutlich die Krise dazu beigetragen, dass der Verbraucher wieder auf der einen Seite kritischer an die Qualität und an die Produkte im Einzelnen herangeht, auf der anderen Seite durchaus bereit ist, für das eine oder andere Produkt auch viel Geld zu bezahlen, aber er hinterfragt kritischer und detaillierter, warum er einen Preis X für ein bestimmtes Produkt bezahlen muss. Ist der Hersteller, egal welches Produkt ist, in der Lage zu überzeugen und sein Produkt authentisch anzubieten, ist der Verbraucher meiner Meinung nach nach wie vor bereit, dieses Produkt auch zu konsumieren und auch dafür viel Geld auszugeben. Aber es muss stimmig sein. Brands alleine, die einer gewissen kritischen Nachfrage nicht standhalten, das funktioniert nicht mehr so wie vor der Krise. Anfang des Jahres sorgte die ZDF-Reportage Gift auf unserer Haut für Aufsehen. Darin sieht der Zuschauer unter anderem dramatische Bilder der Gerbung aus Bangladesch unter der Mensch und Umwelt erheblich zu leiden haben. Wie haben Sie die Reaktion auf diesen Film seinerzeit wahrgenommen und was ist Ihre Meinung zu so einer Art von dieser Reportage? Wahrgenommen haben wir diese Reaktion auf diesen Filmbeitrag auf eine ganz besonders individuelle Art und Weise. Nämlich, wir waren zu der Zeit zufälligerweise gerade auf der weltweit größten Ledermesse in Bologna und wir haben den Film überhaupt nicht gesehen und am nächsten Tag jeder zweite oder dritte Besucher der auf uns zukam oder an den Stand kam fragte dann haben Sie den Bericht auch gesehen wie ist denn Ihre Reaktion darauf und 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 natürlich das erste als wir nach Hause kamen was wir gemacht haben ist wir haben uns mal diesen Film besorgt und ich habe mir den angesehen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen mal ganz unabhängig davon dass da sicherlich sehr berechtigte Mängel an der Herstellung geäußert worden sind und dass der Umgang mit den Tieren und all diese Dinge natürlich katastrophal ist wobei ich natürlich auch davon überzeugt bin dass das Ganze natürlich wieder entsprechend aufgebauscht und hysterisch verpackt worden ist aber dass da sicherlich einige Dinge in den Argen liegen bedarf gar keiner Frage aber ich sage Ihnen ganz ehrlich ich kann nur befürworten dass noch mehr von solchen Beiträgen kommen denn ehrlich gesagt diese Beiträge führen nur dazu dass der Verbraucher sich vielleicht doch einmal anders orientiert und dass der Verbraucher auch respektiert wenn es Hersteller gibt die das alles ganz anders machen und das halte ich eigentlich für einen ganz ganz zentralen Punkt und da haben wir meiner Meinung nach in Deutschland ein ganz ganz zentrales Problem und das ist nicht eine Frage jetzt nur was sich auf bestimmte Produktgruppen konzentriert aber wir Deutschen und das geht quer durch alle Branchen wir Deutschen neigen dazu dass wir sehr sehr gerne immer sehr hohe Ansprüche haben dass wir sagen das muss alles perfekt gelöst sein ökonomisch das muss von der Qualität vom Feinsten sein da darf niemand vernachlässigt werden alles top nur dann kommt irgendwann die Frage nach dem Preis und dann ist wieder alles ganz egal und dann wird doch wieder das billige Produkt gekauft da muss ich doch vielleicht der ein oder andere Verbraucher mal die Frage stellen warum kaufe ich mir denn dann ich möchte keinen Namen nennen bei irgendeinem Einzelhändler aber warum kaufe ich mir dann einen Lederschuh für 25 Euro da brauche ich mich eigentlich nur mal 5 Minuten zu Hause in die Ecke zu setzen um mal drüber nachzudenken wie das funktionieren soll einen hochwertigen Schuh der ökologisch sauber und qualitativ einwandfrei produziert worden ist für 25 Euro beim Hersteller also über den Hersteller zum Fach Einzelhändler doch dann zu erstehen das kann von der kalkulatorischen Kette die daran hängt sicher nicht funktionieren denn sie müssen davon ausgehen wenn der Schuh 25 Euro im Geschäft kostet dann hat er bei verlassen der Schuhfabrik vielleicht 7 oder 8 Euro gekostet und dann müssen sie mir mal erklären wie man einen hochwertigen sauberen Schuh zu diesem Preis produzieren soll und da glaube ich macht der Verbraucher einen gewaltigen Fehler da bin ich auch der Meinung ist die Zeit gekommen auch mal etwas ehrlicher zu sein und wenn ich wirklich diese Ansprüche an ein Produkt habe dann bitte sollte ich auch bereit sein diese zu bezahlen und nicht immer dann wenn der Preis kommt anfangen dann doch wieder in eine andere Richtung zu schwenken zu schwenken zu schwenken zu schwenken